Was ist eigentlich der Core Layer? Der Core Layer, oder auch Netzwerk-Backbone genannt, ist natürlich das Rückgrat, der Kern, das Herz meines Netzwerks, über das alle anderen Komponenten, Teile und Bereiche meines Netzwerks angeschlossen sind. Fällt der Core aus, fällt mehr oder weniger das gesamte Netzwerk aus. Der Core ist meist hochredundant und relativ komplex ausgeführt. Wie genau, das schauen wir uns gleich an. Zuvor aber noch der Hinweis auf den Link in der Beschreibung, da geht es zu meinem gesamten Netzwerk-Design-Kurs. Aber jetzt zurück zum Core Layer. Schauen wir uns einmal an, wie der genau aussieht und aufgebaut wird. Los geht's! Die Hauptaufgabe des Core Layers ist das Routing, also das Routing zwischen unterschiedlichen Bereichen im Netzwerk. Wir bewegen uns hier im Bereich von sehr hohen Bandbreiten, 10 Gigabit oder mehr, 40 Gigabit mittlerweile im Standard in größeren Netzen, weil über diesen zentralen Punkt natürlich der gesamte Traffic zwischen unterschiedlichen Netzbereichen, Rechenzentrum, Office LAN, vorbei muss und dadurch entsprechend hohe Bandbreiten notwendig sind, um einen Flaschenhals zu vermeiden. Wir haben hier auch, obwohl es im höchsten Layer ist, mit der höchsten Bandbreite eine sehr geringe Portdichte. Warum? Weil wir hier Aggregation-Switches angeschlossen haben, die bereits die hohe Portanzahl aus dem Access Layer verdichtet haben und somit gibt es nur mehr ein paar wenige Übergänge zwischen den einzelnen Bereichen, die redundant ausgelegt sind, mit hohen Bandbreiten, aber eben nicht mehr die große Summe an Ports hier notwendig ist. Dafür die Redundanz umso wichtiger, hier gibt es also meist Geräte, die bereits Hotplug-fähig sind, das heißt Netzteil, Interface-Karten, Lüfter und so weiter können im laufenden Betrieb getauscht werden, ohne dass das Gerät eben abgeschalten werden muss. Ganz wichtig, wenn wir uns überlegen, wir müssten bei einem Core-Gerät einen Lüfter tauschen. Das ganze Gerät herunterzufaden könnte durchaus massiven Einfluss auf die Performance haben, selbst bei redundanten Systemen, einem redundanten Core, da ist es viel praktischer, das Netzwerk so wie es ist laufen zu lassen und nur den Lüfter-Einschub rauszunehmen, den neuen reinzustecken, ohne Wartungsfenstern einfach im laufenden Betrieb das Ganze durchzuführen. Je nachdem, wie groß jetzt das Netzwerk ist, kann es auch vorkommen, dass dieser Core-Layer mit dem Aggregation-Layer bzw. Distribution-Layer eben vermischt wird, dass der Access-Layer direkt an den Core angebunden ist, mag Sinn machen bei entsprechenden kleinen Systemen, wo ein Aggregation-Switch jetzt nicht den großen Vorteil bringen würde, weil vielleicht nur vier oder fünf Access-Switches angeschlossen sind, da ist es einfacher, den direkt an den Core anzubinden. Wir bleiben dabei trotzdem bei der Anforderung, eine entsprechend geringe Portdichte zu haben, ersparen uns aber entsprechende Geräte in der Anschaffung und auch in der Wartung.